hallo und herzlich willkommen zu mal wieder einem video wie ihr merkt habe ich zurzeit nicht so extrem viel zeit zum video machen das heißt zurzeit einfach dank der uni ist das glaube ich eher ein dauerzustand geworden als ein ausnahmezustand was ich persönlich auch etwas bedauere aber leider nicht ändern kann und ja ich will euch nicht ganz direkt verscheuchten nämlich vor der battlefield 4 beta welche am 24 september startet möchte ich euch nicht ganz verschrecken nein es kommt auf jeden fall vorher noch ein video wie die battlefield 3 es sich von 42 bis 3 entwickelt hat sowohl im positiven als im negativen dieses wird als dual aufgebaut sein lasst euch da mal überraschen was dafür zukommt bestimmt ein cooles video aber jetzt erstmal habe ich noch von meinem humble bundle einkauf keys übrig die ich nicht brauche da ja oft der origin und steam keys zur verfügung stehen und ich schlichtweg nur die steam keys dann haben will wenn beides zur verfügung steht und ich auch ein spiel einfach schon habe deswegen deswegen geht das ganze an euch und zwar das ist einmal der dead space origin key der bernard paradise ultimate box origin key crisis 2 maximum edition origin key the medal of honor origin key the mirror's edge steam und origin key da ich es schon für ps3 habe und nicht doppelt brauche und der command and conquer red alert 3 uprising origin key diese keys möchte ich an euch weiter geben wie kommt ihr an diese keys ich habe eine facebook seite eingerichtet beziehungsweise die gibt es schon relativ lang diese facebook seite die habe ich damals zur command arms seiten eingerichtet aber halt nie aktiv benutzt und auch ja ich glaube keiner von euch kennt sie irgendjemand einer hat mich gefunden von meinen abonnenten darauf und mich angeschrieben und da ich mir gedacht warum mache ich das eigentlich nicht so eine geile idee jetzt mal die facebook seite mal zu beleben und somit euch in kontakt bleiben zu können auch wenn ich eben nicht so arg viele videos machen kann dass ihr mir eure fragen stellen könnt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt mir einfach deine nachricht schreiben könnt das ist einfach viel einfacher als dieses youtube postfach gedöhnt was jetzt nämlich ein schrott ist irgendwie so ein bisschen da das nicht mehr so sein investendesign nicht mehr so da war nicht so wahnsinnig nützlich geworden ist mein gott ja daher wenn ihr einen key möchtet dann leitet doch bitte meine facebook seite und schreibt an die chronik einen kommentar bitte ich hätte gern einen key und schreibt bitte dazu welche keys ihr euch interessiert die ganzen spiele die ich zu verlosen habe kommen auch natürlich noch mal in die beschreibung weil ja es wäre blöd wenn jemand ein key bekommt für ein spiel das er schon hat und es wäre einfach ein bisschen blöd daher schreibt mir dazu welche keys ihr gerne haben wollt ja ich hoffe dass einige leute mitmachen das ganze wird dann nach dem zufalls prinzip verlost wenn zu wenig leute mitmachen und die leute die mitgemacht haben glück und kriegen halt auf jeden fall ein schauen mal wie es läuft aber ich hoffe dass vielleicht doch ein paar mehr leute dabei mitmachen dann sehen wir uns beim nächsten video und ich bin raus bis zum nächsten mal euer fluss